...mit Machma... Jo, hier ist wieder euer Max Essay-Abschlag. Schütz mal meinen Kanal aus. ...mit Tino... ...und mit Jo... Auf jeden Fall spielen wir heute Freitag, der 13. Passt ja perfekt. Ist Abend... ...und... ...ja, viel Spaß beim Zugucken und... ...ja, keine Ahnung. Bro, jetzt haben wir noch Schilder an, ne? Egal. Also, kommt mal alle zur Mitte. Machst du denn jetzt, glaube ich? Ja, nix. Kommt mal alle zur Mitte, ich baue hier extra sowas hin. Kommt mal alle zur Mitte? Hm... Wer will... Wer will... Wer will... Wer will Jayden sein? Ich möchte... Ich mag's nicht, mich zu verstecken. Dann geh... Dann geh in ein anderes Team schon mal. Ja. Komm mal alle zur Anfang... Ich hab den besten Skin dafür. Ich hab John Wick. Komm zum... Komm dahin, wo wir... äh... ...kommen auch Whaley in die Mitte. Da haben wir so eine Plattform gebaut. Ja. Du musst doch nicht Team wechseln. Ja, ich wechsel Team, damit wir weiterkommen. Ach so, brrrr. Aber dann kommen wir... Wie geht das Spiel denn, Leute? Also ich erklär's euch allen mal. Ich erklär's dir. Also es gibt so'n alten Mann, die... äh... ... die einen und einen... ... in der Ablaufzeit... ... und dann versteck ich sie vorbei... ... und alle sind hier... Oh. Tobi, hau uns, hau uns. Ich sag deinen Stopp. Hau. Ach so. Ich sag deinen Stopp, ja? Stopp. Nein, weiter. Ich hab nur Blue-Life war das. Auf bis zu 10 HP. Noch... Noch einmal. Mach noch einmal. Mach noch einmal. Mach noch einmal. Mach noch einmal. Okay, das reicht. Hau. Wie oft noch? Ey Tobi, ich hab den glaube ich auch... ... den Tank, wenn du was hattest. Oha, das passt sogar grad voll! Weil wir haben Angst, wir müssen das den Tippi machen, Gott. Wie die Musik auf. Max, hast du heute Pony? Was? Hast du heute Pony? Max, sneak dich mal hin mit dem Rücken zu mir. Nein, mach nicht das. Bleib mal da, sneak dich mal hin mit dem Rücken zu mir. Ich bin auch noch ein Mädchen, ne? Ja. Hä? Oh, 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 oh. Warte, bleib mal so, Tobi, bleib mal so. Nein, bleib mal so, wie du gerade warst. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich will zehn, ich will zehn, bitte. Ich bin kurz davor, ich muss nicht hin. Ja. Warte, Tobi, ich versoll dir den Arsch! Ey, mach das bitte noch mal, ich will zehn, acht, nein! Was soll dir denn, Arsch, Junge? Ey, Max, guck mal. Guck mal, ne? Ich verprügeln den. Ich verprügeln den. Komm, tritt mit drauf, tritt mit drauf. Du hast mein Main-Account. Oh, er passt auch gut. Okay, Jussi, ich muss dich auf den HP runterhauen lassen. Oh, haben wir nicht eingestellt? Dunkel. Oh. Ich sag auch noch jetzt und er auch weiter. Nein, aber wir dürfen eh nicht schießen, also. Ich bin, ich bin schon weg. Okay, los, verstecken. Ja, ich bleib. Nein, ich muss, ich muss Jussis noch schlagen. Ich bin, 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 ich bin die leute ich geb euch bis ja okay ich mache augen zu ich gebe euch bis 45 zeit oder sagt einfach mal ja wann ich euch suchen kann ich schwöre ich habe augen zu ich bin kein liebner was ein schöner was ein schöner tag heute leute sagt man ich er suchen darf ja du kannst du es ok ein schöner tag heute ja mit dem halbigen mit der böse ja 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 mug ich bin schon längst weg 8 die Laufmann noch 8 die und aber ohne Spenden aber ohne die Schattensteine 8 ich kann nicht so schnell mehr glaube nicht so weit weg ich habe abends geschickt nein kommt zu mir ich bin so ein gefickterer Tobi, ich habe den Denk dran, du musst uns achten, ne? hört ihr das? ne, ich höre nicht hahaha direkt dein Gesicht, Mann! hahaha oh, wie gehe ich pinkeln? ihr dürft kein Grappler oder so benutzen ich hab das schon gehört, dass hier irgendjemand Grappler hat, ne? ja, das war Tino ja, Tino, da darf den Grappler nicht abgeben aber Tino ist doch eh tot drin ey, Tino, Tino, du weißt, wo ich war das ist voll creepy oh mein Gott, ist der noch hier? Tino, bitte Tino, bitte Tino, bitte was? Tino, bitte wie war's? hey, ich bin keine Vorbereitung N02, da bin ich nicht Tino, da bin ich nicht Tino, da bin ich nicht Tino, da bin ich nicht gar nicht alles aus Gerade, wo ich hier im Haus war, warst du da im Badezimmer? Ja, die ganze Zeit. Und du hast es nicht gesehen. Justus, ich hab Angst. Ja, aber ich bin ein anderer Schillingsbruder. Ich bin ein anderer Schillingsbruder. Ich komm zu dir. Ich hab Angst um mein Leben. Ich hab Pipi in den Hosen. Ich bin deine Schillingsschwester. Oh mein Gott, goldene Eierpicke. Okay. Ich hab Pipi in der Hose. Ich kill euch zwar nicht damit, ich mach euch nur ein bisschen Angst damit. Ja, lass mal gleich. Hört ihr das? Lass! Ich bin weiter! Komm, lass den da rumgehen, das ist cooler. Ich hab in der Waffe gepunkt. Wie geht's? Oh mein Gott, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Lauf, lau. Erst beim Haus, erst beim Haus. Ich hab ihn beim Haus gesehen. Lauf, lau, lau, lau. Lauf, lau. Komm, lass ihn hin, lassen ihn hin. Lass ihn hin. Da rein. die das kann rift benutzen Nein, ne? Das ist 10 Uhr, ne? Nein, die war ja noch nicht. Nein! Ich hab so Angst! Es ist ein Donner, es donnert. Ich hab ein Versteck jetzt. Sie leben, er hat gerade... Muah! Ich hör ihn, ne? Ich würde er wenn das gesagt, das ist gut. Muah! Muah! Ich bin nur am Abend. Du bist so ein Flick. Lass gleich halten Sie, ich bin aus der Insel. Nein, lass uns gleich... Lass uns gleich noch mal machen. Nur mit ein bisschen Einstellung. Sag mal bitte leise. Ich auch. Das sind Wetten zu geben. Wetten, das ist... Nee, das ist der. Oh! Aber ich glaub, also die Schritte sind noch weit weg. Die sind aber im Haus. Und Tino ist es halt nicht. Nee, das ist auch echt... Ach Mann! Ich hab ihn gerade... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er schrinktet! Darf ich bauen? Nein! Heavy! Justus, komm mal her, weißt du wo er war? Ich glaub... Nein! 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 Ich hab einen! Ich hab ihn gerade nicht gesehen. Ahhh! Er fiert! Und dann kann man helfen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, ich bin jetzt in so ein ehrenlose Stück Scheisse. Er ist weg! Nein, nein, nein! Ich bin mir! Warte! Warum so geschrie das? Ich habe gerade gespuckt. Er nimmt mich hier drin, dass ich mich los. Ich hoffe, es ist nicht jetzt! Aber ich mache formal! Ich möchte nie versuchen... Ich hoffe, es ist jetzt! ich zähle wieder ich zähle wieder es ist Nacht Leute es ist Nacht hört auf nein das nicht in die dass ich neue machen okay wer war als erstes gestorben nein ich möchte ich mache freiwillig ich mache freiwillig Max hätte mich mal sechs mal mit der pickaxe stop 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 Leute ich muss noch in euer Team werden komm oh Junge es müsste noch mal angelegt werden Justus ich zeig dir mal wo ich ganz am Anfang war oh ja du auch wir alle müssen noch es bringt doch was ne aber alle an der Platz haben hast du Schaden bekommen? ach ne sie sind ja zu groß du musst uns spät exaktieren hau doof Junge ne immer weiter bei mir mein Ding Schinner nicht mehr in die sich Ende das meinst du ja aber ich kann euch ja gar nicht bewechseln hau mich noch dreimal ok vielleicht noch einmal noch einmal Tino noch einmal Max viermal Tino ich weiß nicht du kannst ihn noch einmal angeschne und dann einmal begachsen du kannst ihn noch einmal begachsen stopp Tino oh nein es tut mir so leid ich müsste ihn nochmal ich bin noch einmal ich bin noch einmal Max und Joseph können sich eigentlich schon mal Tino du musst gleich die Augen zu machen Komm schieß mal auf den Fuß Und jetzt hilft Pickaxe Viermal Viermal Pickaxe Vier Wir müssen aber Wir müssen wieder zum Haus Wir müssen Nein Echt Ja, aber am Anfang erzähl ich da drüber, ja? Ey Tobi, 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 ich zeig dir mal, Tobi Tobi Nein, geh geh nur mal hoch und ich erzähle dann gleich, ja? Weil ich sag so, jo Leute, ich geh nur mal Bier aus dem Teller holen, ja? Geh schon mal hoch, schuldig mal Ja Justus, guck mal her Komma, Justus, setz dich mal nach vorne hin und lass mal ein bisschen Popcorn essen Ja, ich geb dir auch ein bisschen ab, ja? Ich hab ein Bierchen, ich hab ein Bierchen Hier Leute, ein Bierchen, hab ich da hingestellt Ey, kennt ihr diesen alten Mann, der hier rumhäscht, du sollst eine kleine Kindertöte produziert? Das ist aber eine Legende, ich glaub das eh nicht Ey, Juda, Tobi, Tobi, komm mal mit, komm mal mit, ich will dir was zeigen Hier hab ich mich eben versteckt Auf dem Fall, diese Legende besagt, dass hier einer... Sie kommt, hier ist jemand, hier ist jemand Morgens Schild dear Das ist Tobi hurt, hus��, was montre Wir werden� machen, nimm behalvere Er ist hinter uns, glaub ich aff Reid Nein, er verfolgt uns, er verfolgt uns Raar Ja, nein, das bin ich, Tobi Ok doch, er verfolgt mich Guys, will ich Max ist hinter dir her und pass auf! Das ist genau hinter mir. Ja, Max hat keine Chance zu überleben. Doch, ist weg! Ich bin auf nem Baum. Leute, ich lebe noch. Aber ich bin auf nem Baum gefangen. Ich hab grad die Idee für ein Versteck, Alter. AHHHHH! Ja. Hm. Und Leute, falls euch dieses Stream bis hierhin schon gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Like. Und streamst du? Ja. Ja. Alter, hier würdet ihr mich liefen. Leute, er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Komm zurück zu mir! Er ist weg! Ich hab doch so Päste versteckt. Ich auch. Tobi, ich komm zu dir. Bei dir bin ich mir am sichersten. Nein, geh weg! Sonst sieht er dich und dann weiß er, wo ich bin. Nein, er ist nicht hinter mir. Er rennt nicht hinter mir her. Ich hab ihn nicht. Ich komm. Er ist eigentlich am sichersten. Ja, er ist komplett weg, Tobi. Aber Max, komm nicht direkt zu mir. Ja. Er hat 42 was. Das war jetzt. Okay, wir haben nur 8 Minuten. Dann können wir laufen. Aber jetzt, sagen wir, man muss an. Max, komm mal. Guck dir das OP-Versteck an. die weg max für sich die weg noch nein wenn ich nicht mit dir sterben hier ich auch für mich so habe ich gewonnen leute wie kann man rausgucken das namen aber das steht immer kurz druck ausgucken ich muss mich selber verstecken Nein, Jus, es kommt nicht zu uns. Ich versteck nicht. Okay, Tobi, ich hab jetzt auch ein gutes Versteck. Es hält das noch zu bailing. Oha, ich seh die Not von mir aus, weil das so, aber so weit weg. Ach nee, sieht ja auch nichts. Nein, er ist nicht mehr hinter dir. Der ist richtig woanders. Oha, er kommt. Tobi, er kommt, glaube ich. Ich hab ihn nur kurz gesehen. Ja, er kommt. Nein, Tobi. Nein. Ich war unter der Treppe die ganze Zeit, Tino. Hättest du mich da gesehen? Tobi, ich hab's gesagt, du sollst rennen, Tobi. Ich bin auch gerannt, aber er war direkt über mir. Ja, das heißt, ich zähle gleich. Lobi. Nein. Ich war echt, weil ich war gar nicht. Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn ich als erstes gefunden werde. Okay. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich laufe in meinem Leben. Ich hab voll Angst. Ich will nicht alleine sein. Wir müssen es nur noch neun Minuten auf sein. Hä, was für neun? Bis wie viel Uhr denn? Also, bis wie viel? Bis wann denn? Drei und zwei. Ähm, 22. Dann sind es ja noch zehn Minuten. Nein, elf. Er sieht mich. Ah, laufe in meinem Leben. Nein, glaubst du nicht in meine Richtung. Ey, boah. Tobi hat ja nicht gesehen. Ich lenke ihn ab. Ich lenke ihn ab. Irgendwann bist du dumm? Ich lenke ihn ab. Hi, Tino. Ja, Mann, genau. Pass auf. Nein, Leute. Rennt, rennt. Der hat euch gleich. Der rennt gerade in eure Richtung. Leute, bleib, 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 bleib. Ich pränke ihn gerade nur. Ich hab ihn gestummt. Bleib da. Leute, rennt, rennt, rennt. Scheiße. Scheiße. Was schlau von mir, ne? Okay. Ja, dann. Oh, Ora. Ich kann's auch mal. Ja, aber der vielleicht. Ja, ja, ja. Guter Plan. Ja. 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 Nein, nein. Nein, nein. Hat nicht gesagt. Scheiße. Boah, Junge, bist du bereit? So, wie der hat mich noch sehen. Was ist denn? Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama mia, wie sie tot. Ja, 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 ja. Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama mia, let me go. So, da, ja. Okay. Ich hab eine Idee, was ist denn, was jetzt, wenn es vielleicht so funktioniert. ich bin er kann mir auch nicht nein die Hörer ich hab er die Hälfte Finkel so viel schafft das okay ich weiß nicht wo er ist Leute ich habe ihn aus Nahrung verloren Nein Ich doch nicht Leute ihr habt noch ein paar Minuten Sag mal wo du bist Tino Ja man die sind auf jeden Fall auf dem Baum Tino warm sehr heiß sehr heiß sehr heiß Dinger das war ich Ich sag doch nicht Oh tschuldigung tschuldigung Sorry wollte ich dich so nicht wo ich dachte du kriegst gleich an Sorry Da lass ich Da lass ich Da lass ich doch was schlecht vergutest Guck mal ich seh den auf den Kopf 2 stehen In dem Moment nicht ab und du bist der Guck mal Lass es mal so weg Lass es mal so weg Lass es mal so weg Nein Wir sind eher Wir sind ein Baum ist was sie gar nicht Hör auf die Tanzen! Der ist Klaas, oh mein Gott! Warte, are you schon mal hier? Nein, ich schwör auf! Hör auf! Ich hab seinen Namen gesehen. Ja, hör dennoch mal auf! Leute, wie lange habt ihr noch Zeit? Ach, danke, ach! Nein! Ey, Max! Tschüss, Max, guck mal, wie schnell ich bin! Guck mal auf die Karte! Ich bin grad nicht mit dem Auto am Pfannen. Ich bin am Bonny hoppen! Kann es sein? Hör mal bitte aufzuschießen! Ich schwör auf! Du machst grad alles kaputt, ne? Guck! Aber dann müssen wir auch erstmal da hinkommen, wo? Lass markiert, lass markiert! Machier da für immer, ja? Ne, ich schwören! Als ob das so gut ist! Eigentlich halt nicht, ne? Nee. Sag mal. Digger, wo ist Tino? Wie lange noch? 4 Minuten. Digger, Tino, wo bist du? Tino, nichts kaputt machen. Ja, darf man auch nicht. Du darfst nicht mit Waffen schießen. Ey, ja, das ist das Beste. Das passt eigentlich. Tino, du darfst nicht mit Waffen schießen. Wie lange noch? 3. Bis 22. So, Leute, schreibt ihr mal in den Chat oder in die Kommentare, falls ihr das Video im Nachhinein guckt, wie ihr Max und Justus sein Versteck findet. Scheiße. Schreibt ihn, wer gut... Naja... ... ist. Ey, das Versteck ist so scheiße. Seh doch auf, Digi. Ich guck mal, ich guck mal, wo Tino ist. Hör mal auf. Tobi, geh mal zu Tino. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat noch den Versteck in die Kommentare. Das ist so. Bei ihm, Tino. Tobi, geh doch mal zu Ehre... äh, zu Ehre. Tobi, geh doch mal zu Tino. Ich guck mal zu Tino. Ich guck mal zu Tino. Ich guck mal zu Tino. Ein zuschauer! Hallo! Video im Chat! Echt? Ja, ha. Achso! Hallo. Ja. Später. Er hat gerade was in den Chat geschrieben. Hi. Zweitzuschauer. Hallo. Wirklich zwei? Ja. Hallo. Schreibt mir der zweite Zuschauer was in den Chat. Bitte. Nein. Nein. Max. Hi, Justus. Max. Ja. Hey, Leute. Noch eine Minute. Oh nein. Hey, Tobi, noch zwei Minuten. Was war das? Noch zwei. Ja, genau. Ein und ein halb. Zino, in... Ah, gar ist Zino, okay. Nein. Zino. Noch 70 Sekunden. Tino. 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 Spring mal. Tino. Wait. Spring mal. Komm. Spring mal. Ich schieße dich jetzt zu denen. Komm. Nein, Tobi. Komm, spring, spring, spring. Komm, ich mach dich. Komm, ich mach dich. Ich mach dich schneller. Oha, man kann keine Gerüche. Komm, ich mach dich schneller. Komm, ich mach dich schneller. Komm, spring. Komm, komm, komm her. Komm her. Wir müssen schon laufen. Uuh. Nein. Ja. Ja. Aber wenn du nicht mehr rauskommst, musst du schon schnell. Ja. 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 Ich habe auch keinen Baum abgebaut. Ich bin gleich safe. Beim Lama, beim Lama. Beim Lama. Ja. 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 Oh mein Gott, ich brauche nicht gleich. Ja. Ich brauche zu Zino noch mal einen Baum ab. Wir müssen da tanzen. Um zu schaffen. Ne, wir müssen das abbauen. Ja, abbauen. Ja. Wuuu. 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 Jaaaa. Dino. Bist du scheiße, Dino. Jaaaa. Dino. nein noch eine runde davon ja jetzt zähle ich wieder das macht mega bock wenn ich mal das ist mega witzig ich mache mir immer mega ich mache ich bin jetzt der zähler das ist eigentlich scheiße komm ich war gerade euch zu eurem versteck ich war jetzt jeden einzelnen zum versteck kommt hier nicht rocket weiter zum versteck da bist du ein bisschen schneller als sie nun ganz ehrlich das ist das war wirklich das schlechte verstecken aber du wachst nicht im feller hier raus hier und dann haben wir hier und wir standen dahinter ist so richtig dumm vor dem team Alter. Tobi, musst jetzt zählen, das heißt Tino geht in unser Team. Eins. Tobi, komm in die Mitte und hau uns weg. Tobi, komm ich hau jeden einzelnen, dann macht es Spaß. Tobi, gib dir eine Waffe, aber gib mir die gleich wieder. Tobi, hau mich. Tobi, komm ich hau jeden einzelnen, dann macht es Spaß. Tobi, gib dir eine Waffe, aber gib mir die gleich wieder. Junge, hör mal auf Tino, Tino, Tino. Tobi, hau, schießt mich ab. Schießt mich ab. Tobi, das ist mir. Junge, Tobi, ehren wir. Ich geb dir jetzt auch, ich muss kurz Tino kaputt haben. Mach nochmal, mach weiter, mach noch einmal, und noch einmal. Mach doch noch weiter. Und nochmal, und nochmal einmal. Okay, noch einmal schlagen. Ja. Wie oft noch? Tobi, gib mir meine Waffe wieder. Wie viel Leben hast du denn noch, Justus? Oh, Entschuldigung. Ups. 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 Junge, mein Justus, warum? Das ist so unnötig. Junge, das war keine Absicht, ich wollte eine Wand kaputt machen. Tobi, warum willst du die überhaupt kaputt machen, wenn nicht die am Gans machen sind? Ja, weil ich möchte es meinen, dass es meine Wand ist. Leute, warum gönnt ihr euch in kein Lagerfeuer? Tino, wie viel Leben hast du? Tino, wie viel Leben hast du? Verraue mich, Tobi. die leute ich zähle immer ist jetzt zum haus immer jetzt zum haus ja man sie wissen nicht was ich in diesem haus befürchtet alles war gut ja ja ich weiss ich weiss Lolli, wie geht's denn noch? Kann ich kommen? Kann ich kommen? Nein. Nein, noch nicht. Okay. Nein. Ja, Mann, der ist voll hässlich, ey. Ja, Mann, voll, der ist mir so krass. Ja, Mann, wir sollen mal kommen, ey. Ja, wir sollen mal kommen, ey. Kommi, du darfst keine Waffen haben. Ja, Mann, da. Durch den Ding. Ja, Mann, da. Sagen Sie mir nur, muss hier eine Fischung. Ja. Ähm, sagen Sie mal zwei Minuten. Hä? Was für zwei Minuten nur? Nein, noch 15. Ach so. Digga, seid ihr nicht mehr im Haus? Wir sind schon längst rausgegangen. Wir haben tausendmal gesagt, komm, der ist endlich nicht fertig. Ey, los, los, guck mal, wie ich aussehe. Also, guck mal, wo ich bin, so besser. Jetzt sagt man nicht irgendwer chillt im Baum. Ja, okay, Juf, es lacht, es ist irgendjemand im Baum. Los, los, guck mal, wie ich aussehe. hallo Lüchthus, Lüchthus, Hallo Lüchthus, 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 sie geht mir da oben, hallo, hallo, hör mal auf. Nein, das ist ekelig, oh da hat irgendjemand mit der Minigang geschossen, ich seh ihn, ich seh ihn nicht. Im Stream sah das so geil aus. Hey, ihr dürft nicht bauen. Du darfst auch nicht mit Trap spielen. Ja, meine Trap ist jetzt eh weg, dann hör auf zu bauen. Ja, jetzt hör ich auf zu bauen. Und ihr dürft auch nicht schießen. Ich guck, du kannst halt auf dem Stream, damit ich weiß, wie du bist. Ich hab dich gesehen, Tide. Der ist so schlecht, ne? Ja. Ja, das hilft mir. Ich schieße auf ihn. Ist er weg? Ja. Ja, okay Jungs, lassen Sie noch niemanden machen. Ey. Oh, ist Hunger. Komm. Die. Pöhm. Ich find überleben das voll geil. Digitino. Ey guck mal, Jus, das ist nicht, wo ich bin. Nein. Nein. Nur gar nicht auffällig, ne? Ich will, dass er kommt. Hey, Digga, du bist hier im Haus, Tino, ich weiß es. Ja, perfekt. Das passt nicht dazu. Ich guck mal, ich hab den Stream, ob du vielleicht nicht so... Tino, mal sehen. Du Tobi, so scheiße. Nö, Tobi, ist so scheiße. Schaut euch mal den Stream mal kurz. Ja, ich weiß nicht, wo er echt da ist. 3 3 Zuschauer 0 Oha zu den ich hab grad wieder im Film nicht gesehen Du bist grad irgendein, du bist irgendein Busch, das weiß ich Hey, jetzt haben wir mit dem Minigun geschossen Also ich kann nicht zurücklehnen, ich guck ab im Film und seh das Problem wirklich nicht gut Er hört mal auf, damit das nervt von mir die ganze Doppelbüste Bin ich auch Tobi, wo gehst du hin, warum haust du da fremde Bücher, Alter im Stream Hä, ich versteh's nicht Digi, wo seid ihr Oh mein Gott, guck jetzt mal im Stream schnell Guck mal um rechts, um rechts Er guckt mir in die Augen Er guckt mir in die Augen Hä, bin ich grad dumm Guck mal jetzt im Stream oben rechts Er hat mich grad gesehen Er hat mich grad gesehen, aber er hat's auch nicht auch gut Äh, bin ich grad dumm? Oh, du bist immer nix Oh, du bist immer nix Nein, Max, jetzt sag ich das da vorne bist du Was? Justus, hast du das gesehen, er hat gegen den Raum geschlagen Also, beziehungsweise, er hat einfach genau neben mich geschlagen Okay, dann komm ich wieder zurück Justus 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 Ja, jetzt weiß ich, du bist hier irgendwo Justus Ha, 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 ha Hallo, ihr dürft nicht bauen Hey Tommy, ich bin zu langsam, ne? Ticky, ich hab unseren Weg, Alter Ich bin so langsam wie in einer Schnecke, alter Ihr seid doch представляte Der ist ja eigentlich, was sein use komm ich hau ab kein Wok mehr auf das Leben Da hat man halt nur hinterher. Weiß ich. Ey, Max, das darfst du nicht. Mann, Max! Junge, Max, das ist gegen die Regeln. Guck mal! Junge, hört mal auf zu schummeln. Jetzt machen wir nur nicht die Regeln. Sie sagen, dass man nicht mit den Autos geht. Genau, hinter dir. Mann, komm! Oh, 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 oh. Let's go! Komm! Wie oft hast du den Pim' übergekommen? 1078! 90! Los! Die ist viel auf der Gruppe schrieben, also AHHHHHHHHHHHHH! Es ist eine Erz-Werbe-Fall-Gast. Es ist ein Erz-Werbe-Fall-Gast. Es macht gar nicht. Es war ein Met-Kid, aber ich hab's nicht gemacht. Das ist die Klobe, das war auf der Folge. Wuhuu, jetzt schockt ihr euch! Er ist schockt! Er ist schockt! Lauf! Fahrstuhl noch! Warum soll ich laufen? Wie geht das? Hey, scheiße! Lass mich mal fahren! 4 Minuten ausweichen noch! Lass mich mal fahren! Das ist richtig, Alter! Lass mich mal bitte fahren! Wohl da! Ich weiß, ich bleib nicht. Hahaha! Wie soll ich mal fahren? Ja! outro mal fahren! So gut ist es! Im humanoide Timothek! Bro, es gibt nichts ... es gibt nichts Anf siihen! Nein! Wir können nicht jetzt, nicht nur eben nicht Besuch ok! Da vorne! St раз! Da vorne! Schneiden wir nicht! SPLL- He-Heh! Wah, diese das conecte W impress mente! Scha Вот! Mist! Welt! Wo soll ich sie machen? Nein! Hahaha! Nein! Look it! Hahaha! Oh Gott! Oh Gott! Hey Leute! Ja! Halt! 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 Hahaha! Halt! Hinter dir! Halt! Hahaha! Hahaha! Halt! Halt! Oh shit! Halt! Halt! Wo ist der? Ah! Halt! Halt! Tido! Tido! Lass mich bitte begreifen! Kommt Tido! Nein! Halt! Lass, lass uns noch nicht losfahren! Erst wenn ich drin bin! Lass fahr los! Nein! 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 Ich bin mir schreit! Ich bin mir schreit! Gott, ihr dürft nichts machen, ne? Nö. Machen wir auch nicht. Du musst das, ich hab ein Power-Up für dich! Ja, ich gebe! Ja! Jacky! Der weißer! Oh! Ich hab die Wind holen können! Hahaha! Ey, darf ich bitte nochmal? Das war grad anders witzig! Ja, komm! Okay! Komm, neben, neben! Ja! Ja, neben! Oh! Geil! So, kann jemand mit diesen alten Waren fahren? Ah! Das war witzig, das war echt witzig! Also! Zoll dich mit dem Busch am Anfang! Hahaha! Ich kann nicht, Mann! Das war grad anders witzig! Ich find's immer so geil, weil ich noch so schreibe! Hahaha! Ey, wollt ihr wissen, wie ich Tino gekillt habe? Wie? Ey, es! Ich bin eingestiegen und darf in der Gewinke eingestiegen! Tino ist auch mal bereit! Nochmal! Nochmal! Nochmal Runde! Ah! Verbindung eines Gruppmitglieds ist abgebrochen! Geil! Oh, ich kann nicht mehr! Ja, Mann! Ja, das macht da viel mehr! Ich kann nicht mehr! Ey, Max! Drück mal bereit! Ja, warte! Ich hab nur was! Nein! Leute, ich hab jetzt was eingestellt! Das werdet ihr direkt sehen! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ey, Leute! Ich mach nur noch die eine Runde, wo ich grade suche! Und dann gehe ich, glaub ich, auf! Ich bin mir aber nicht sicher! Ich weiß nicht! Ich hab keinen Bock auf Beef mit meinem Opa! Hä, warum? Der war ich beim Spiele! Komm, ich bin Ehrenmann! Ich bleib länger online! Ja! Sag auch noch mal lustig! Hä, ich hab 200 Leben! Hä? 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 Alle haben 200 Leben! Nein, Max! Ich hab auf eine Kondition und Null nicht volles Schiff! Nein, Max! GG! Oh nein, hab ich das ausversteht! Die normalen... Och nein, ich hab die normalen Einstellungen ausversehen gemacht, weil ich auch auf Zeitdienst gedrückt hab! Ahhhh! Digga, ich kann nicht mehr! Das ist zu geil! Nein, ja, okay! Leute, ich geh schonmal... Leute, ich geh schonmal in die Mitte! Wir müssen doch erstmal low sein! Was müssen wir erst? Ich baue mich hoch und töte mich dann so halb! Hä, falsche... Ach ja! Nein, warte! Stimmt, falsche halte ich hier aus! Nein, doch nicht! Sobi, komm mal her unter uns! Ich hab auch... Dann komm mal zu mir! Max, komm mal zu mir! Bei 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 mir! Ich hol grad meine Medaille auf! Ich hab auch schon mal! Digga, ich kann nicht mehr! Ja, manch hat auch gar nichts! Ich fühl dieses Geräusch von denen voll geil! Ja, du spielst nur Torräder! Mhhh... Sehr voll geil, wenn es irgendwann mit Torräder gäbe, ne? Das Auto gibt's ja auch in PUBG! Nein, das... Digga, spielst du PUBG ernsthaft? Es gibt nur eins! Spielst du PUBG? Nein, mein Vater! Mein Vater! Mein Vater! Mein Vater! Wenn du dir zuguckst, wirst du jetzt auf meiner Freundesest entfernt! Ich guck dich mal! Du weißt, wie wenn ich das hier in den Süden! Ja, ja, ja! Oder! Manchmal kenne ich dich an die Viertel die da! Ich wieder vorteil schnell! Ich wollte einen Moment gucken! Mach auf die Mitte! Die Rüsse sind kaputt! Digga, warum? Ich bin hier grad alles am Machen! Boah, sieht das gleich aus! Crasher-Kacken! Wow! Okay, Leute! Ich zähle! Versteckt euch! Ein Versteck! Hey, boah, du Spaß! Leute, ihr müsst... Ihr müsst ja zuerst in das Haus, ne? Ja, Mann! Ja, Mann! Lass unsere Autos davor fahren! Leute! Ich zähle! Uuuh! 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 Du musst... Du musst da draufstehen auf das Baustdinger von äh... von... von... Vigiljan! Da musst du... wenn du in der Luft bist, äh... beschleunigen! Okay! Leute, jetzt macht mal... Hier ist sogar noch ein Auto! Hier ist noch ein Auto! Hier ist noch ein Auto! Hier ist noch ein Auto! Was für gekauft? Ey, Tobi, du musstest doch erst mal Lohn machen! Ich hab's nie! Ja, dann kommt mal in die Mitte! Hm? Leute, vor dem Haus ist übrigens auch noch ein Auto, ne? Oh, Bird! Ja, man ist vor allem so lustig auch noch! Mit Mörder, so! Hier, Tobi, ich bin da! Guck mal, wie geil das aussieht! Hallo! Hallo! Tobi, gib mir einen Headshot hiermit! Guck mal! Einen Headshot? Hm? Jetzt noch mal mit vier... äh, drei Stück! Hätte ich dich auch einmal mit der Krona erhitten können? Nein! Nee! Hallo, du! Ich bring die Autos schon mal dahin, ne? So, das steht schon drei Autos, ne? Chill! Digi, jetzt gehen wir da raus auf den Ding! Ey, komm! Ich hol' euch! Wer will rein? Tino, wo bist du? Bist du das, Tino? Lass mal auf den Tür machen! Du saß grad wieder so rufenwurke, Alter! Okay, Leute, kommt! Weil, Leute, ich komm sofort, ne? Ich komm! Ja, ich lass' euch jetzt bis 50, 30 Zeit! Nein, mein Mann! Ich mach gar nicht ins Haus, Junge! Ich lass' euch bis 50... Leute, ich lass' euch bis 50... Leute, ich lass' euch bis 50, 10 oder so Zeit! Oh, mein, ich hab' geparkt! Oh, mein, ich hab' geparkt! Leute, komm' nach oben! Yo, Tobi! Hey! Yisman, woin! Sing greater losers! Tobi, leaning aus! Pretti, bis alle gibt sich die die 얘는 vor Jegden! jim Garne 5 dann Ich darf aber Stinkbomben benutzen, okay? Nee, ja, okay, doch. Dino, ich komm zu dir. Dino, mein lieber Freund. Komm, Dino, schreib bei mir ein. Nein. Ja, da spiel das Auto im Stil. Und ich sag nochmal, jeder Steinbein. Ja, natürlich. Warte! Es ist so wie... Hat mit, hat mit einem Fahrzeug eliminiert. Stimmt. Komm, komm. Ey, nein, du. Ich... Zähnstinkbomben. Ich hab doch gerade eben noch gesagt. Lass mal so machen. Lass mal so machen, Tobi. Wir haben alles cool live. Und Tobi darf eine Waffe benutzen nach Waden. Okay, ich benutze eine Pump. Ja. Nein, ich muss in der Runde, weil es verdorfen ist. Ja, okay, ich geh... Es lebt nur noch, äh, Justus. Ich helfe dir, Tobi. Nein, ich... Dig... Digi! Ey, ich steig aus. Steig aus! Okay, Leute. Ich bin auf dem Raum gefahren und bin gestorben und habe steht da vergessen. Okay, Leute, komm. Leute, kommt. Ich komme jetzt mit Pumpgun an, Digi. Ja, aber du darfst, ne? Justus ist nämlich gestorben. Mein Auto klemmt! Ey, Tobi, bitte mal ganz kurz warten. Mein Auto klemmt! Okay, jetzt kann ich wieder! Oh, das ist... Ja? Äh, wuhuuu! Hm. Was kann ich denn da bewegen? Das ist... Das ist... Sorry, das ist auch so dumm. Ich krieg einfach 1.300... 1.300... 1.300... 1.300... 1.300... Ich geh. Weg, Blüft, 4.500... Es geht 4.800... Ja, gut, ich hab da gerade 100 einfach. Ich hab nur eine Million geschafft. Okay, ich geh gar nicht mehr drauf. Aua, mein Auto ist fast kaputt. Willi, was geht jetzt hier? Oh, mein Willi ist kaputt. Oh, f***! Ey, Leute, wo seid ihr? Ich hab 300.000... Ich hab wieder... Ey, Tobi, wo bist du? Dann frag ich mich. Ich geh Tobi! Wiii! Wiii! Pass auf! Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, 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 schau. Leute, ich mach den Stream aus.